Es würden ja diese ganzen Probleme zwischen den Männern und den Frauen gar nicht existieren. Würden nämlich die Männer endlich kapieren, dass eigentlich wir Frauen das starke Geschlecht sind. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird diese Welt zu klein. Wir sind gerade allein, kommen Sie nur in meine Nähe. Nur nicht angstlich sein, denn es tut bestimmt nicht weh. Mais le Ciel de Paris n'est pas lent an cruel. Pour se faire pardonner, il ouvre un arc-en-ciel. Über 40% aller Ehen werden ja aufgrund von Fremdgegen geschieden. Ich meine, ist das jemandem von Ihnen hier schon mal passiert? Hat jemand schon seinen Mann betrogen oder der Mann die Frau betrogen? Niemand, also keiner. Wow, das ist ja ein Megaschnitt. Hör nun auf zu heulen und such dir einen neuen. Nenn geil Matthias oder Jack. Und wenn dir seine Küsse nicht mehr geil genug sind. Und wenn dir seine Küsse nicht mehr geil genug sind.